Ich spüren die alle auf der Playstation oder was die Gegner jetzt? Was ist das denn? Aber warum kann ich die nicht ausrichten? Eigene... ausrichten. Jetzt hab ich wieder den geschissen geworfen. Was ist denn los? So. Alpha wird gesichert. Und das ist wieder ein Mob. Wie viel gibt's da? Moppen. Alpha gesichert. Wie viel gibt's da Moppen? Oh ne! Werde beschossen! Ach, ich hab... Der Feind hat Bravo eingenommen. Oh lecker! Oh lecker! Oh lecker! Ah! Lade nach! Wann? 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 Super! Wann? Wann? Ich geh' da mal ablos. Aber das ist nicht so groß. Wann? 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 wechselt das magazin wir verlieren charlie zwei zielobjekte gesichert wir haben charlie da kommt eine betreffungskanate ja da muss man anfangen so der feind hat zwei zielobjekte erobert vorrücken und einnehmen bravo wird gesichert bravo gesichert verbündete drohne im einsatz wir verlieren bravo wechselt die drohne im einsatzgebiet ja blind kann er nähen drohungen im gebiet der feind hat alpha eingenommen alle drohungen alle drohungen das ist auch nicht wasser das ist eine geile waffen die wo ich hab ich spring ins rode aus ich habe irgendwie die kantorin spring und da außen der weißes wieder der scheiß rode bereich feind nimmt bravo ein der feind kontrolliert zwei zielobjekte erobert sie oh du schande wir nehmen charlie ein hey wir wollen zusammen die drohne freigeschalten das ist wahnsinn wir kontrollieren charlie das ist wahnsinn der scheiß du musst nachmachen du fuh Bravo wird gesichert. Hier haben wir noch Regenpferd, aber da stehe ich super. Verbündete Drohne im Einsatz. In Sicherheit, da war ich immer ein 2 von der anderen Seite. Wir nehmen Bravo ein. Scheiße, ne? Verbündete Drohne online Ach, ich freu der Polite. Ich war in der Nacht. Zwei Zielobjekte erobert. Vorrücken und einnehmen. Zwei gewinnt am Boden. Zwingt ihn zurück. Von mir stellen sind wir zu dritt, dass Dombie die da hinten ist. Ja. Teleinstrucks ist auch cool. Wenn du uns da übers Eck schaust. Ja, das ist auch gut. Ah, vor hinten käme ich wieder. Ist ja lubisch. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Alpha. Das ist so schlimm. Ich stehe dann schon überreut wo es da nicht ist. Ja genau. Haha. Ich bin bei dir. Die stehen hinten. Geil. Link durch. Das wird doch da links sein, oder? Nein, ich bin hier jetzt. Oder mich auch nicht ehrlich. Ja, hat sie nicht alle. Hat sie genau erwischt oder was? Ja. Ich bin im Ecke gestanden. Ich bin zu sehen, einen zweiten kämen. Mit dem zweiten Kinn hintereinander. Und rein kommt der scheiß blöde. Der soll ja verbogen sein. Ah, da steht einer am Ecke. Ich bin hier. Sackige Kämpfer. Ja, die sind schon scheiße im Fall. Nein, da läuft eine. Das ist so dumm wie ich. Ich hab ja Charlie gesichert. Haha. Fremdliche Aerosolbomben nähern sich. Aerosolbomben. Ja. Ja. Ja, da sind wir ja okay. Ja, da sind wir ja okay. Das gibt's rein. Ich trieb jetzt gar keinen Merlin. Wir kontrollieren zwei Ziel. Ja, manchmal ja. So ein Team, wo sich schießt ein Teil dahin. Ah, shit. Jetzt bin ich jetzt. Ich bin da wieder vom gleichen Loch. Ja. Anfällt jetzt wieder, oder? Anfällt jetzt wieder, oder? Dann nimmt jetzt schon da rein. Nein. Nei. Jetzt zu zweit laufen bei ihnen gleich. Ich laufe einer voll in die Augen. Verdrückter Vietal erreicht diesen Sektor. Haha. Sie gucken, was ist richtig? Nein. Ach, was ist richtig? Nein. Ach, was ist richtig? 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 Nein. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Ziel ausgeschaltet. Verbündete Drohnen im Einsatz. Ah, grüezi die. Da war ich schon. Da war ich schon. Da klinge ich nicht. Das ist jetzt. Haha. Ich schiesse eben da unten an. Da schiesst mich zusammen. Da war ich ein leichtes Spielgabteil. Die Sahle. Wir haben die Führung übernommen. Hol die Führung. Na, geh die Scheißloderei da. Das bleibt da wieder stehen, mein Püttel da. Verbündete Drohne online. Feindsicher Bravo. Wo ist denn der Facebook los? Ja, genau. Genau da, wo ich... Ja, ich muss das weg. Wir haben Bravo verloren. Ja. Wir nehmen Alpha ein. Ah, das ist so. Wissen wir auf Gegner wanted Kimmel. Bravo hat gewichert. Hörschoppt. Wo ihr ein schönes Blatzerl hätt. Ach, geh, leckst mich nicht. Mal das blau jetzt. Zielfern war jetzt völlig geil. Oder sagst du den? Wärme ging ja auch schon. Wir verlieren Charlie. Hä? Verbündete Helikopter schütteln. Wir kontrollieren Bravo. Das geht schon, Robin. Zielobjekt Alpha gesichert. Ja. Zielobjekt Alpha gesichert. Ja. Zielobjekt Alpha gesichert. Ich bin hinter dir. Letztes Magazin. Ich bin hinter dir. Ja. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin mit Munition ausgerungen. Und jetzt. Ja. Jetzt zieh mich nicht einmal zu einem Abschuss. Das sind die Gegenbeでもammeln. Feind nimmt Charlie ein. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir nehmen Alpha ein. Wir brauchen Fremdm unter Drinnerhaut. Weiter so. Der Feind kontrolliert 2 Zielobjekte. Diese positiv verbindungte Vorräte unterwegs. Ah, grüß dich. Das ist ein freundlicher Camper. Was gehört, die sind ein fremdlicher Camper. Aha, das sind nur die Löwen, die Camper da. Wir nehmen Bravo ein. Verbündete Drohnen im Einsatz. Unsere Drohnen umkreist das Gebiet. Na geh. Hey, hüpfen wir mal an, dann werden sie am Boden und ich drüben uns. Das ist ja Wahnsinn, oder? Das hat überhaupt nicht drin. Das ist dringend und am Boden kreist uns die Liederlage. Oh Mann. Ein Punkt ist der, wenn ich weiß. Ja? Nein. Der letzte. Hat der Dino angeschossen, oder? Ja. Das war's. Das ist ja täglich in einer Auswahl von fünf. Zwei Abschüsse sind nachgeschlossen. Ich erreiche fünf Operatoren. Kopfschüsse. Ich erreiche fünf. Und ich hab noch keinen. Ich hab doch recht bleiben gekocht. Ich muss jetzt Waffen... Ich muss jetzt mal schauen. Das brauch ich ja nicht. Also... Das ist ja... So. Und dann muss ich das halt da? Zurück... Ähm, wechseln! Ich muss jetzt da schauen. Und die... Warten schon wieder. Wie waren die jetzt von den scheiße Fähnen? Nein, hier geht er. Nein, der Ding. Jetzt muss man da... Jetzt... Wenn wir hauen sie irgendwann frei hin. Bei mir nicht, da muss ich erst mal schauen. Bevor man ins Spiel einlässt, Waffe und dann ändern, weißt du, und dann rüsten. Geh, komm, ich will ja die ausrüsten. Jetzt, wenn das Spiel läuft, kannst du das eh nicht mehr ausrüsten, Schatz. Dann kannst du das nicht mehr ändern. Aber, jetzt habe ich es. Aber das muss, bevor du die Tür einlässt, weißt du schon, du musst das umrüsten. Okay, zwei Granaten hintereinander. Okay, mit dieser Waffe ist scheiße. Okay, jetzt geht's. Jetzt ist der Donnitz. Ja. Ja, dieses Mal. Okay. Und du da, ich konnte runter, geh. Oh, ich scheiße. Ich bin hier überblüht. Ach. Wir kontrollieren Alpha. Verbündete Drohne im Einsatz. Ich werde beschossen. Ich bin hier überlassen. Verbündete Drohne online. Da war die andere noch besser. So. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Was sind denn die Drogen? Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Hardliner aktiviert. Zwei Zielobjekte gesichert. Was ist das? Hardliner aktiviert? Was ist das? Hardliner ist, wenn du dann irgendwie eine Zeit überwunden hast, oder angeschossen ein paar Mal waren bist und nicht gestorben bist, oder so Sachen. Immer wieder andere sind. Scheiße. Oder wenn sie... Jetzt musst du da noch mal jetzt rausieren, oder? Jetzt musst du da noch mal jetzt rausieren, oder? Ja. Machen wir das. Ja, genau. Du warst 20.000 Schüsse und triff nicht einen. Ja, das ist scheiße. Ja, ja. Ah, lecker zu mir. Da drin habe ich es auch recht schön. Aber unterm Schritt. Ich muss einmal sagen, wie die Glemmor da eingestellt worden ist. Was? Die Glemmor, die ich jetzt da eingestellt habe, das ist geil. Da habe ich es selber zusammengestellt, weißt du, das hat einer... Über Internet habe ich das gelesen, wie der dich eingestellt hat. Das ist echt geil. Wie gesagt, ich habe keinen Abschuss mehr, weil ich brauche jetzt noch 200 Schüsse mehr, und da habe ich noch einen abgeschüttet. Ja, ja. Das ist eine längste große Scheiße, ja. Die eine, die ich vorhin gespielt habe, mit der habe ich auch nicht getroffen, weil... Ich habe nicht gesagt, ich brauche die Glemmor. Aber die würde halt bitte... ...maximum spielen, dass ich die ganzen Schüsse da war. Ja, ich hätte die Schüsse mehr als das, weil die ist ja Max, weißt du? Ja. Jetzt habe ich bloß den Dämpfer eingestellt und sonst nichts. Jetzt geht es natürlich gar nicht. Ja, du musst fünf, äh, zwei oder drei Waffen meistens Max machen, dass du dann alle zehn erzieht dann neue Munition und da ist das. Ja. Ja, darum sage ich, ich habe die jetzt schon mehrere Nummer als Max. Weißt du schon? Ja. Aber ich komme nicht dazu. Jetzt habe ich bloß den Dämpfer eingestellt und jetzt habe ich natürlich nur... ...will ich bauen mit dir. Ja. Drei, ich kann nicht weiter spielen, wenn man noch eine Hechte. Ah, das ist kein Problem. Ja. 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 Also ich mache ein Ding. Nein, das ist ja okay. Kommen wir da nicht die... Der Feind hat einen Marsch-Lokarver startet. Der Feind ist schattet. Kommen wir da nicht den Marsch-Lokarver startet oder was? Jo, kommst du da. Na eben. Vorhin habe ich auch noch nicht aufgenommen. Wenn er stirbt, kommst du selber auf dich nehmen. Charlie wird gesichert. Ich bin ja total schlecht mit dir jetzt. Schwer ich. Ich kriege meinen einzigen Kill mehr zusammen. Ja. Ah, okay. Hier, hier. Ich werde zurück bleiben. Ich werde so einen Kill schafft, dass ich einen Blumen hänge. Ah, shit. Ich bin jetzt auch langsam durch. Schwer dir. Hau mich weg. Ich werde nicht setzen. Ich habe mehr zu essen. Der Feind gewinnt an Boden. Ich bin aber nicht erst mal verbunden. Der spring immer an. Ich triff den jetzt. Das ist der Wahnsinn. Alpha wird gesichert. Feindliche Drohne in der Luft. Zusammenflicken. Achtung! Achtung! Der Feind hat Aerosol vor der Gestaltung. Facken postet! Ah, dicker. Ach. Das ist ein Zeilwitz. Der Feind hat alle Zielobjekte eingekommen. Geh! Ich ziel schon auf einmal und du erschützt. Geh her! Ich kann nicht fallen mal so gut. Da müssen noch alles weg sein, schon. Ah, ja. So, wenn du eine scheiß Waffe jetzt haben. Aber dass du das nicht unter dem Spiel mag, kannst du es schnell noch ändern. Weißt du, das ist Blödsinn. Ja, als Kate kannst du schon drücken und eine andere Waffe mal, ey, du. Ach so, älter. Ja, da kannst du ausrüsten, Mann. Ich muss ja die U-Bänder machen. Charlie wird gesichert. Naja, irgendwie so. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Kannst du doch noch ändern. Feindliche Drohne aktiv. Wie kannst du doch noch... Ja, aber ich meine jetzt... Ja, falle. Zielobjekt Alpha gesichert. Der Feind hat Bravo eingenommen. Lauf, Unterlauf. Wechsel das Magazin. Nee. Nee, ich bin nicht. Nee, ich bin nicht. Feindliche Drohne in der Luft. Räse Brahe. Wir erobern Bravo. Wissier, wissier kommt in die Ruhe. Ach weh. Ach weh. Ach weh. Ach weh. Na, ich bin nicht. Ach weh. Ach weh. Ach weh. Ach weh. Jetzt hau. Ich hab wieder das. Das ist ja... Ich will mich nicht verarschen. Wir kontrollieren zwei Ziele. Nein. Okay, das geht so ein bisschen. Hab ich den nicht aufgerüstet? Muss ich den neu aufgerüstet? Ich hab ihn aufgelevelt. Nein, nein. Das ist schwierig. Jetzt habe ich zuerst. Einmal sterben, oder? Dann kriegst du es. Bin ja gespannt. Medikid hilft auch nichts. Kann ich nicht öffnen. Wird gesichert. Ach, geht. Ich hab da nervt. Ich hab da nervt. Alter. Jetzt hab ich auch mal einen killen können. Ja. Oh, wie? Was? Da außen schupt. Hörst du auch. Hörst du auch noch? Hörst du auch noch? Jetzt hab ich auch noch einen killen können. Oh, jetzt bin ich wieder. Hörst du auch noch einen killen? Ich hab da nicht. 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 Ja, ich hab da nicht. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Schau mal an. Das gibt es ja nicht. Ich bin ja sehr nicht Profi. Ja, aber nicht so viel. Hä? Oh, 104. Boah. Ja, jetzt will ich schnell mal an. Das ist immer noch nicht perfekt. Ja. Aber dass du da nicht die Waffe ausweigen kannst, wo man immer schon gespielt hat. Weißt du, was ich meine? Die kannst du schon ausweigen. Jetzt können wir eine Pause machen. Die kannst du ausweigen. Ich hab sie auch ausgeweitet. Jetzt kannst du Waffe gehen. Dann wählen. Dann suchst du unten an der Leisten da. Dann kannst du auch sogar eine eigene Ausrüstung plus machen. Die jetzt umändern. Weißt du, wie ich meine? Warte mal, warte mal. Was ist das denn? Ähm. Jetzt passt es auf Schimera. Was haben wir denn? Was hab ich denn jetzt überall gehabt? Ja, normalerweise kannst du ja die. Ich will mal schnell was zum bringen. Die Auto fahre ich geil. Oh, so ist. So, die müsste da. Und dann starten die. Oh. 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 Wo ist das? Jetzt habe ich eine. Hast du das gefunden? Jetzt warte mal. Ich habe da trotzdem noch eine. Alles. So, jetzt habe ich zwei von meinen eingestellt. Aber, dann tue ich den Anschlag rein, den Messeranschlag. Was für Vorräte kannst du denn da auswählen? Was für Vorräte kannst du denn da auswählen? Was hast denn du da? Warte, warte. Was für Vorräte? Du kannst ja deine Taktik umändern, dass du Bomben, bestimmte Handgranaten dabei hast, und so weiter, wie wir sie alle reinmachen. Ja, genau. Was hast du da drin? Ich habe jetzt einen Schockstab, einen Schockstab und einen Semtex. Ja, Semtex habe ich auch. Aber Schockstab, was bringt das? Da hat er Vorräte. Wenn du da hinwürst, an die Mauer hin, der spiegt in der Mauer. Und wenn einer vorbeigeht, dann strompt sie voll und schießt voll unkontrolliert umeinander. Das ist ein Blödsinn. Was? Das ist natürlich ein Blödsinn. Und ich bin selber eh gelaufen vorhin in deinen Schmandl. Nein, nein. Wir sind auch der Mist. Wir erkennen das. Wir sind auch der Mist. Ich habe ja noch gesagt, wir strompt mir jetzt da. Wir hatten den Scheiß da. Das ist ein Blödsinn. Ich bin ein Blödsinn. Ich bin ein Blödsinn. Was ist da? Du kannst eine Blödsinn ausweiten. Hey, merkst du dir einmal so die... Äh, wie ich da zusammenbastelt habe... Ah, so probieren. Soll ich dir das einmal sagen, was du da alles ausrüsten musst? Nein, das spielst du es nicht mehr. Nein, das spielst du es nicht mehr. Also, ich denke mal, das ist noch ein Signal. Okay. Dann gibt es eine Spie auch. Das ist auch gut. Da fangst du mit der Pistole an, okay? Und dann musst du dann abschießen. Dann kriegst du die nächste Stufe Waffe. Und dann stärkt es halt. Manche sind halt dann schon schneller. Die sind natürlich die kleinen. Und am Schluss hast du eine Messe. Und wenn du den als erster einem ein Messer einwirfst, dann hast du gewonnen. Weißt du schon. Okay, wie weißt du denn das? Ist das auch da in denen, oder was? Nein, das ist noch nicht in denen. Also, da muss ich ja noch alle einstellen. Aber ich muss jetzt das noch drei, vier Mal spielen, damit ich das Event freigeschalten habe, weißt. Ja, okay. Du hast das Event auch noch gemacht, oder? Ja. Du darfst aber heute... Was? Ja, das Event ist lang. Ja. Du zählst ja rein. Ja. Ja. Du darfst noch 16 Stunden, oder? Mhm. 11 Stunden und 30 Minuten dauert es noch. Okay. Ja. Slang. Dann habe ich einen Bauplan für die Anbrust freigeschalten. Okay. Du sollst ja da auch gehen. Das soll dir da auch gehen. Das kommt jetzt immer von der Inflation. Für die Events, oder was? Okay. Ist das nur für die Events, oder was? Ja. Events. Dann kannst du immer eine Waffe freigeschalten. Eine Waffe wird freigeschalten und ein Bauplan. Und der Anbrust wird er jetzt freigeschalten. Aber wir haben auch die Anbrust eh schon von Sven gekriegt. Ja. Aber ein Bauplan ist halt jetzt noch dabei. Ich kann ja dir da rein kommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich will die aufgehen. Werfen Settdags. Werfen Settdags. Wechsel in das Magazin. Zielobjekt Alpha gesichert. Wir legen in Führung. Ich steck uns nach. Schnell. Oh! Das ist ja seltsage ein Kill leider. 2. Kill. 2. Ah, shit. Da. Dritte Köln, Königsmörder bin ich jetzt. He he he. Ohne dass ich gestorben bin. Ohne dass ich gestorben bin. Ohne dass ich gestorben bin. Ob bin ich auf dem Hemlocker oder was? Ich habe meine Superwaffen da. Die wo ich 5 Sterne schacke. Und zwar die von... Die Waffen habe ich umgewertet. Und das ist die vom Chemiker. Da habe ich bloß auch meines Kölzer da. Ja, ja. Ich weiß nicht, dass er noch grüner ist. Blau. Was ist denn da? Da kommt eine Betäubungskarte! Heißt, werfen Sie sichern! Ah, Hörglinger. Ah, die Scheisse, ich stehe nicht hier. Ich finde, ich stehe nicht hier, ich will ihn. You're not dead! Der Feind, der erobert alles! Der ist die Hunde geschossen! Oh, schießt nicht! Bravo, wird geschehen! Nein, jetzt spreng ich! Jetzt sprengen sie mich endlich mit den Handbraten, weil jetzt auch noch keine Scheiße mehr haben, die Hunde. Ich bin eh schon beschossen worden und ab. Ich habe noch wenig Energie. Und schießt trotzdem. Muss nachweilen! Ich habe schon von da oben geschossen, als vom Fenster, ich bin da oben! Ich bin da oben! Ja. Da war doch gerade einer Der letzte Mille Letztens mal schon besser mit der Waffe Ja, eine Waffe macht zu viel aus Was ist das? Der Hitzer gefällt mir nicht Wie gut ist die meine Hand des Teams Die Teams wären gut Und die hast du halt auch nicht unendlich Du hast zwei oder ein Ja Wenn du dann eine Munitionskiste riechst Dann kriegst du die auch wieder Munitionskiste habe ich auch Du hast das Team auch gelegt Nein, jetzt habe ich zwei Ja, jetzt habe ich drüber gezielt Ja, genau Jetzt sind sie halt den schon gehabt Der Feind der Omen Alpha Aber Jetzt haben wir schon eine andere gekriegt Nein, nicht die denn, was ist die Jetzt haben wir schon eine andere gekriegt Wie mit denen Ja, jetzt ist ja klar Werde nach Die Ja, jetzt ist ja Jetzt fragen wir schon Das können wir Ja, nein, nein Das können sie Ja, nein Und das können sie Wir haben das halbe Feld verloren. Schlag zurück. Halbe Feld verloren. Weißt du, ich war einfach. Jetzt nieder. Warte, ich sitze am Dorf um. Fein. Zehn oder was? Wir eraubern Alpha. Oh, ich darf die Spiele. Verbündetes Geschütz online. Der Fang kontrolliert zwei Zielobjekte. Angreifen. Was? Mit dem war jetzt nichts. Wir verlieren Charlie. Ich lade nah. Wir haben eine große Drohne eingesetzt. Verbündete Klass-Laminer gelegt. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Scheitern ist keine Option. Feindliche Drohne in der Luft. Hier sind wir unter direktem Beschuss. Ich bin da einer am Schuss. Hier sind wir das hinten doch. Ich bin so müde, jemand da einfach nach unten. Ja, der... 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 Der Sack. Jetzt müssen wir mal da. Jetzt sind wir vom Keller um. Ja, genau. Wir sind mega gut. 138. Nein, jetzt sind die anderen. Irgendwann haben wir doch so gut. Alpha wird gesichert. Wieder. Da ist er wieder oben. Wir kontrollieren Alpha. Jetzt wieder fort. Jetzt habe ich ihn außer bombardiert du. Von seinem Loch dort. Hast du auch nicht. Nein, nein... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Ich habe ihn ohne Ende. Was mit der Linie echt. Wir haben ja noch... Eine Linie aufsteig. Ich habe mich echt so gefreut, weil ich jetzt außer bombardiert habe wirklich gleich ne. Wir haben ja noch einen Kopfschuss noch verpasst. Ja. Super. Super. Ja, super. Ich kann nicht mehr auf das Ziel wieder. Ich sehe mir einen scheiß Nice an dir. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Halt sie zurück. Wir werden ja gleich wieder oben verpacken. Ah, die Scheiße. Ah, das ist die Wache. Das ist die Wache. Das ist die Wache. Oh, die sind schon. Einen abgemurkst. Wir erobern Alpha. Jetzt haben wir gleich 200. Das ist die Wache. 60. Nein, nein. Alpha ist scheiße. Du bist da ohne Schutz, wenn es schützt eigentlich. Schützt. Ach, die grüßt noch einer. Da wirst du immer so schnell rennen. Ach, die. Ach, die. Ja, die ist ja gar nichts jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt packt die Wache rein. Oh nein, das ist 6 Uhr. Ja, gescheitert. Zurück zur Basis. Oh, Wahnsinn. Nein, das gibt es ja nicht. Aber jetzt habe ich einen Scheit abgeräumt mit dem. Ja, mit seiner geltenen Wache auch da weh. Das ist aber die M13B. Das ist die vom Chemiker. Die hat auch die. Aha. Ich bin wenigstens. Du bist der letzte Platz. Hast du dich gesehen? Hä? Du bist der letzte Platz. Ich bin gleich. Was habe ich hier gekostet? Ich habe jetzt gar nicht anwacht. Du warst nicht viel. Du warst am letzten Platz. Ich war auf dem drittletzten. Ich habe das abgeräumt. Aha. Ich habe die zweite Level erst. Ich bin gespannt, was ich kriege. Ich habe jetzt mitmachen. Die mitnehmen da. Weil die sind schon gut. Ja, aber ich hab ein Ding dabei. Ich bin auch gespannt, was ich kriege. Nein. Ja, das ist nicht. Ja, weil ich muss aber bei den Scheiß.. Weißt du, ich muss aber bei den A bleiben. Oder weißt du, bei den A, B, C, da. Da bleiben. Und da verteidigen. Und wenn ich da einen Abschuss kriege, dann bekomme ich einen Punkt. Und ich kann einen jetzt Coin dragon. Ja, das ist der Kack. Ich muss mich da aber ein hinlegen und einen abschießen. Okay. Ja, hast du eine Engelsschießung? Nein, da lässt du aber, wenn es eine Nummer ist, Verteidigung. Und wenn es ein wenig weiter weg geht, ist es Verteidigungsschilder weg. Ja, ja, ist sicher. Aber die haben wir zu spüren. Man sieht es nicht, wenn ich einen abschieße. Ah, der ist aber nicht eh besser. Ja. Du bist wenigstens geschützt, du weißt schon. Ja, ja. Ich entdeck mich. Ja, jetzt schon mal drei Obst. König schwer erst schauen, aber ich muss jetzt... Ich bin schon wieder Königsmehr. Ich bin schon wieder Königsmehr. Ich bin schon wieder Königsmehr. Ich bin schon wieder Müller. Ah, jetzt geben wir zu Orte-Toff ist ein Sniper. Jetzt pass auf, jetzt möchte ich sehen. Granate geworfen! Wir haben eine Zifferung gemacht. Verbündete Drohne online. Jetzt pass auf. Ich bin gar nicht gekriegt. Wir haben Alpha verloren. Wir kontrollieren Charlie. Los. Los. Jetzt habe ich nicht den Riefen. Ich will ihn so schön am Kopf treffen. Und der fällt mir nicht hin. Das ist ein... 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 Wir halten alle Zielobjekte. Verstehen wir... Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Der Feindsicher Charlie. Der Feindsicher Charlie. Garbünder online. Der Feindsicher Alpha. Geh bleib'n, ne Scheiße. Die Lokalpha ist kompromittiert. Holt es zur Rüte. Dann hol' ich schon wieder. Muss nachladen. Oh ja. Da kommt doch heute die Sau, wenn ich mehr brauch. Die stimmen schon, aber heute. Na, da. Ah, der Sniper hat mich drauf. Ja, mir auch. Ja, woanders sieht jeder. Bei A, da ist viel los. An dem A, da könnt ihr sie schießen. Da sind die ganzen Camper-Ernten. Pass auf, den hol' ich mir gleich, den Sniper. Ja, den Sniper-Hunter. Die sind alle da raus. Den hol' ich jetzt auch raus. Oh leck, der ist ja wieder, wo er mit dem Ding hängt. Wieder der Sniper. Der ist da hinten nach oben gespielt. Dann müssen wir als zweitwaffener Sniper reinhauen. Wir verlieren, Charlie. Wir verlieren. Wer ist die Hubschrau? Hubschrauber! Haben wir da einen Hubschrauber aufgeschossen? Fassgek! Oh meinst du! Hörn um den Planeten! Du kommst dir doch nach vorne mit euch! Ich geh dann wochen! Zielobjekt Alpha wird gesichert! Ich geh weg! Wir kontrollieren alle Zielobjekte! Verletzungsverhalte! Schärfschütze Perna! Fissen wir uns verteilt! Einen hab ich immer! Jawohl! Dann brauch ich bloß noch 8! Nein, es geht mit Munition aus! Zeh fit! Oh, jetzt gehen wir! So ein Ausschalt, der dritte Ommi! Oh! 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 Ich hab das gesicht! Kompromittiert! Die Mission ist fast geschafft! Bringt es der Feind sichert Charlie! Wir verlieren Bravo! Alpha wird gesichert! Der Feind hat Bravo eingenommen! Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen! Sich wir kontrollieren Alpha! Die haben aufgebaut! Die muss jetzt nachher! Nez! So wie es in die Wache ist! Die ist gut im Üben! Die ist gut im Üben für die EMC! Ja, wenn die Spieler in der Nacht sind. Ja, schon. Wenn sie das dann beim Raum spielen. Ja, ich dachte, ich habe hier ein wenig Reden. Wer ist gesichert? Ja. Ach, geht hier mit der Sniper, du. Das Wort, da sind sie in Freude. Wir haben jetzt hier einen Sniper dabei. Ja, hau mir will. Der hat gleich mich abgeschickt in der Hand. Okay. Auf die Seite. Okay. Okay. Ich bin schon mit dem Reaktion. Mein Kämpfer ist riesig. Wir erobern bravo. Feindliche Drohne aktiv. Ah, die haben jetzt einen Sniper, die Skizze nicht damit ihr jedes Mal gekriegt. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Was haben wir da oben? Da haben wir doch keinen Blocken. Nein. Nein, da haben wir doch gar keinen Blocken. Ich habe nur einen Schissen gespielt. Der Feind sichert bravo. Der Feind sichert bravo ist kompromittiert. Volt ist zurück. Verbündete Drohne im Einsatz. Wir erobern bravo. Das ist nütz. Der ist nütz. Der ist nütz. Ach, der ist nütz. Ich glaube noch nicht so lange da. Der hat die MX rein. Zielobjekt bravo wird gesichert. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Aufgreifen. Der Feind sichert Alpha. Ah, das ist immer von der Sache wie ich denke. Bravo wird gesichert. Bravo wird gesichert. Wir haben Alpha verloren. Der Feind erobert bravo. Der Feind erobert bravo. Ah, da kommt der Held. Arschhaft. Ich habe mir jetzt gedacht, der kann man da vorne noch einmal ausreißen und notieren. Das ist eigentlich eine schöne Mappe, oder? Ja, das ist echt eine schöne. Der Feind erobert bravo. Ja, aber nein. Die sind halt alles tiefgefressen. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Scheitern ist keine Option. Scheitern ist keine Hauptspur. Warte, komm. Du bist campen. Alpha wird gesichert. Der mit der. Oh, fuck. Der mit der Mocken, oder? Du wirst du ja auch, ich spielst dich. Ich spiel dir nicht, aber. Die Bummen. Die Bummen, wie zogst du rein. Die Bummen. Ich bin deine Deckung. Feindlicher Wirt auf dem Anflug. Wir erobert bravo. Okay, von hinten. Immer von hinten erwischen Sie. Der Feind erobert Alpha. Feindliche Drohne in der Luft. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Sicher diese Position. Kurs aus. Okay, die scheiß Upschrauberung. Hey, nein. Sie beruhigen uns doch. Okay, die scheiß Clio da. Was kommt denn da an? Was kommt denn da an? Das ist ein scheiß Flieger geworden. Weil die einen nach dem anderen abschießen. Die haben uns jetzt gescheit aufgekaltet. Ah, haben die jetzt ein Flieger. Hast du hier abgestürzt, oder? Nein. Ja. Er hat sie hier auf der Seite. Du bist nicht dein Tier. Wie ist denn das für derjenige? Wer! Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Was ist denn das für Drehger? Wir sind auf dem Herzen. Jetzt will ich von einem anderen Lauf holen. Du weißt, neidisch. Nicht auf mich schießen, du Idiot. Der Feind hat Bravo eingenommen. Bravo wird gesichert. Niederloch. Dem haben wir so gut jetzt. Mission kompromittiert, wir sind besiegt. Aber ich weiß nicht was ich... Ich hab jetzt glaube ich gar keinen abgeschossen. Zwei oder drei hab ich abgeschossen. Ja, ich schau mal rein, was du wieder für Platz bist. Ich hab zwei. Ja, ich komm mir nicht weg. Der Camper rein, schön. Wieder drittletzter. Ich muss das machen. Hinter mir. Vorletzter. Wenigstens nicht die letzte. Drei Stück hab ich. Ich hab neun abgeschossen, schön. Und der andere, wieviel hat der abgeschossen? 3000. Ich bin gespannt wieviel ich noch abgeschossen muss. Mit MPs. Kann ich mal alle aufmachen, dann können wir mal... Ach, das Operator... Den muss der mit der MPs schiessen. Achte. Acht Stück müssen. Waffe muss ich mal schauen. Mit der MP muss ich die abschießen. Was? Ich muss Minen und alles legen. Minen ist besser. Dann krieg ich mehr. Wechseln. Mit den MPs muss ich einen Kopfschuss machen. Fehl. Ach man. Fehl. Fehl. Ausrüsten. Offen. Schmiede. Ach. Razer brauche ich nicht. Visier brauche ich noch alles. Die mag ich nicht. Da steht gut. Ich habe jetzt die 8 Stück noch geschafft. Schlechte Karten da. Ich kann ganz davon, wo es die Punkte hinräumen wäre. Ach. Ach. Du musst wie schnell mal laufen. Der Lauf da hin. Geht oder? Schafft. Oder die Stimme. Herrschaft. Alpha wird gesichert. Alpha gesichert. Jetzt besser. Zurück. Ja. Bravo wird gesichert. Eins. Jetzt mit der da muss ich mich abschießen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss das jetzt schauen. Fünf abschüsse. Wettklammer da ziehen. E5 kriegt er. Naja. Ich würde eh mit der MP Kopfschüsse haben. Fünf abschüsse. Bravo gesichert. Ich bin ja nett jetzt im Hof für so ein Lundl. wir verlieren sterben der wahl ist ja wieder ganz neu für mich wechsel das magazin zwei zielobjekte gesichert feind sicher bravo verbündete drohne online feind nimm bravo ein wir halten alle körper hartliner online das gibt es ja nicht der hatte den teufel das ist schon der richtige wahl feind sichert eifer feind sichert eifer Oder was? Keine Ahnung Last oder rekt Aber ich muss jetzt einen Abschuss malen, ich bin ja gar nicht Ah shit Was ist das, weißt du? Was ist das? Was ist das? Scheiße, keine Auktion Zwei Hüten und die Killte Zielobjekt Alpha wird gesichert Doppelabschuss Ah Müssen wir erst Top-Ener an den Zielobjekt Alpha gesichert Bin ich's mördert, ja weh Komm Nein Ich bin die Zielobjekte eroberten Vorrücken und einnehmen Oh Weh Ach, das ist schon... Der Krabbit am Bruder hier. Das sind meine Brüder. Was? Das sind meine Brüder, du. Der Bodenkroppler, du. Charlie wird gesichert. Der Feind hält alle Zielobjekte. Zusammenreit den Krabbit im Charlie. Oh, leck die Scheiße. Das geht, das geht so nicht. Das wird sie ausgeschaltet. Jetzt habe ich alles freigeschalten. 5 hintereinander habe ich geschossen. Der Feind kontrolliert 2 Zielobjekte. Zusammenflicken. 4, 5, 6... 6 Leute hintereinander habe ich jetzt zusammengeschossen. Jetzt habe ich alles freigeschalten. Jetzt gebe ich mir Gas. Was? Ja, klar. Das ist ja auch so. Verbündete Aerosolbomben im Anflug. Wir nehmen Alpha ein. Das geht gut. Ich meine, du darfst ein Lauf vorbei und dann war ich der Bremse da ab und ich... ...und ich... Wir haben das halbe Feld verloren. Feindliche Drohne aktiv. Unsere Drohne um Kreise... Was? Zielobjekt Alpha wird gesichert. Nein, da können wir es nicht mehr. Oh. Ja, weil ich da gestanden bin. Ich wollte das nicht mehr. Ah, shit. Zungen wieder. Der Feind hält 2 Zielobjekte. Angriff einleiten. Ach, shit. Ich bin ja das. Ich schau rein und zu. Denk mir, warum reden wir der nicht? Dabei bin ich nur wie sie. Hahaha. 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 Das ist gut. Hahaha. Hahaha. Das ist der Oma. Hahaha. Das ist der Oma. Aber zuerst Schockzureißer. Wie die Arsch nicht, wie es mich killt haben wird. Also haben sie denn gecheckt? Ja. Na, ok. Und habe ich nicht mitgelegt. Eich. Ich schieße an mich. Wir haben Alpha verloren. Wechsel Magazin. Hörfe Haftgranate. Feindliche Variante. Oh, du Scheiß. Ziel zerstört. Oh mein, oh mein, oh mein. Nein, nein, nein. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Charlie. Aaaaaah, shit. Ich bin ja jetzt aber eingelaufen. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Feindliche Drohle im Eiser. Der Spine zerstört. Bleib Granate. Warnst du. Wir verlieren Eifer. Wir verlieren Eifer. Wir verlieren Eifer. Wir verlieren Bravo ein. Oh, die hat doch mir ergegangen. Oh, die hat doch mir ergegangen. Ah. Oh. Mehr Dreh, mehr Dreh. Ziel logik Bravo wird gesichert. Oh, eine schöne Streife, ja. Wohl, das mag ich. Ziel logik Charlie wird gesichert. Ziel logik Bravo wird gesichert. Nein, oh, weh. Jetzt hat er mich eigentlich. Super. Feind nimmt Alpha ein. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Wir verlieren Bravo. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Holt es zurück. Okay, jetzt. Angraben. Ich vergisse nicht die Angraben. Hinter dir. Wir haben alle zwei erledigt. Ich kümmere mich um meine Leute. Trainden im Bravo ein. Ihr seid der Charlie eingenommen! Ich hab mir einen scheiß Minien wohl, was hast du denn gesagt, ich hätte Minien doch nicht. Alter. Dauerwischt. Wir nehmen Charlie ein. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Die Position angreift. Zielobjekt Charlie gesichert. Feind sichert Bravo. Verbündete Drohne online. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Feind sichert Charlie. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Feind sichert Charlie. Er istcopen. Er hat einen Marschflugkörper gestartet. Er hat eine Methode gemerkt. Aber scheineinander. Die St Schüler sind von der Flussschlusschrugkörper. ミ. Die St威strasse sind von der Flussschluss. Es ist sehr natürlich ein Unterrichtsfall. Das ist eine sehr viel Meinung. Die Strasse sind großartig. Auf die Strasse sind die Strasse. stehe unter direkt im beschuss feindliches kampfflugzeug erreicht das einsatzgebiet wir verlieren am roten Oh, einen habe ich wieder. Der ist ein Sniper. Er sucht sich. Ich muss ihn noch so oft hinschießen. Okay. Oh, ich hab ihn jetzt. Da muss ich mich nicht anhüllen. Ich lade nach. Wir nehmen Alpha ein. Gebt ihr Rückendeckel. Ah, Entschuldigung. Mich? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nein, ich sehe ihn. Zielobjekt Charlie kompromittiert. Hohen Sie zurück. Das sind die ganze Scheiße. Ey. Nein, die Minion haben sich nicht gehört. Wieder eine Niederlage. Oh, wieder so knapp. Zweimal bin ich in der Scheiße Minion. Das hätte ich nicht gebraucht. Nein. Und jetzt schauen wir, was du für ein Blot spielst. Da schau ich mir. Oh, Hansi. Ich bin ich sauber. Ich bin ich. Vorletzter. Hey, du bist ja ein zweiter Blot. Weißt du das? Ja. Meine Scheiße Minion. Ich hätte 20 Abschüsse gemacht. Habe ich nicht verteidigt. Das ist das Scheiße. Ja. Wie viel brauche ich noch? Nur drei. Ich kriege es noch nicht. Ich muss noch einmal mit den Schmarrn. Ich habe keinen einzigen Kopfschuss mit dir gemacht. Das ist das Schmarrn. Das ist das Schmarrn. Das ist das Schmarrn. ні